Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ruinöse Färbung anzunehmen bei Ranka in Fuldun. An dieser Position befinde ich mich hier in einer Hölle. Eingang hierzu seht ihr gleich. Ich habe auch ein Quest-Item mitbekommen, aber ich glaube nicht, dass ich diese Seite aktiv benutzen muss. Hier sieht man den Eingang, hier auch die Map. Ich darf mich nun zu dieser Position begeben. Sollte nicht allzu lange dauern. Ein bisschen ist es schon. Man kann ja die schöne Wüste genießen, dieser Ausblick, diese Fauna. Weiche ein bisschen den Mobs aus. Nun sollte ich aber demnächst da sein. Falls euch dieses Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Würde mich sehr freuen und motiviert mich weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. So, Quest ist abzugeben bei Kenzou in Fuldun. An dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao. Ciao.